Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin sehr müde. Es ist jetzt kurz nach sieben und diese Nacht hat es so stark geregnet und wir haben es auf unserem Dach gehört. Es hat sich angehört, als ob die Decke einstützt. Und jetzt, wenn man rausguckt, ist alles wieder trocken. Heute geht es wieder weiter nach La Fortuna. Da gibt es viele Sachen zu sehen und wir werden uns da nichts anschauen, weil alles zu teuer ist. Wir werden eine Sache machen. Wir machen eine kleine Wanderung am Vulkan und dann ziehen wir weiter nach Rio Celeste. Aber wir müssen es jetzt erstmal fertig machen, dann was essen und dann losgehen. Oh cool! Mal machen! Jona fährt so langsam, sie wird sogar vom LKW überholt. Wir sind gerade an unseren Airbnb angekommen, das ist sehr entspannt, chillig, chillig, chillig. Boah, hier ist eine Klimaanlage, wir haben ein DJ-Table. Ist dann doch alles hier für uns, so wie ich das verstehe. Nach ein paar Minuten Eingewöhnung hier geht es jetzt weiter. Und zwar wollen wir jetzt schwimmen gehen. Also jetzt soll es irgendwann aber auch gewittern, deshalb sind wir uns nicht sicher, ob das was wird. Aber wie wir da hinten schon sehen, it looks like Gewitter, wie man sagt auf Spanisch. Gewitterung. Was ist das? Ja. 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 So, das war ein erfolgreicher, entspannter Nachmittag, den wir ganz spontan noch gefunden haben. Ilona hat noch auf Google Maps gesehen, dass hier irgendwas mit Rope ist, eine Hanging Rope, eine Coole, die ich ein paar Saltos machen konnte. Genau, jetzt chillen wir, essen was, entspannen, kommen an, um morgen früh dann wieder aufzuwachen, um dann eine Wanderung zu machen und noch irgendwas. Also morgen geht's los. Einen wunderschönen guten Morgen aus La Fortuna. Wir sind jetzt gerade aufgewacht, so um 6.30 Uhr oder sowas. Und wir werden jetzt was frühstücken. Wir haben uns gestern was gekauft, Joghurt und Müsli und ganz deutsch. Wir gehen heute das erste Mal zu den Hotsprings, eine freie Version und nicht eine, wo man irgendwie 17 Euro pro Person zahlen muss, um da 10 Minuten in die Hotsprings reinzuspringen. Und danach gehen wir wandern und zwar am Arenal Volcano National Park. Diese Nacht war nicht so entspannt, also die Wohnung ist cool, dass wir für Airbnb eine ganze Wohnung haben, ist schon sehr, sehr cool. Das Problem ist aber, dass das Bett so Seiden, Decken hatte und mal kalt, mal warm war wegen der Klimaanlage. Ja, das war alles nicht so perfekt. Dann wird jetzt gegessen und dann gehen wir los. Wir sind jetzt gerade in den Hot Springs, freie Hot Springs. Wahrscheinlich in den Resten von den Hotel nebenan. Also oben so vom Hotel. Und wir kommen so, wo alle reingepinkelt haben und sowas. Aber dafür haben wir keinen Cent gezahlt. So, das war jetzt eine schöne Morgensession in den Hot Springs. Wir haben es genossen, oder? Wir haben das Wellnessurlaub für 0 Euro. Und jetzt gehen wir wandern. Mal, wofür zu colzen! Mal, wie ist es? Das ist mir so stark. Schöner Trick. Er hat was im Mund. Okay. Da ist noch einer. Wir sind noch nicht mal losgewandert und schon besuchen wir uns hier so ein paar Vögel. Auch cool. Als wir die Reise geplant haben, hatten wir schon Angst, dass hier voll Corona ist, weil hier ist eingeregelt. Sie sollen irgendwie voll streng sein und in den Nationalparks musst du Maske tragen und überall musst du Maske tragen und alles macht früh zu und wie auch immer. Aber wir sind dann hier angekommen und es ist gar nichts. Also in Deutschland wäre es schon viel, viel, viel strenger. Hier, wie gesagt, in den Nationalparks muss man keine Maske tragen, was ja auch überhaupt keinen Sinn macht, weil gerade da ist, die Luft ist doch doch schön. Pech! Also hier ist normalerweise der costarricanische Riesenbär. Der ist circa so groß, aber der ist heute nicht da, weil er Sonntag ist, der ist im Gottesdienst. da ist ein Baum. Kanzelle! Und da ist Es ist plötzlich so still geworden, bis die Deutschen aufgekommen sind, die da hinten die ganze Zeit umschreien. Wir hören so einige Vögel, aber wir sehen keine Vögel. Es hat angefangen zu regnen, aber wir bekommen kaum Tropfen ab, das ist cool. Oh, ich habe einen Affen gesehen. Ich habe einen Affen gesehen. Hier. Oh Gott, das ist süß. Aber ganz lange. Nein! Nach einer eineinhalbstundigen wilden Fahrt, also auf dem Boden, waren solche Schlaglöcher schon wieder. Ab und zu ist wieder ein Hund über die Straße gelaufen. Also ich empfehle euch, falls ihr irgendwann mal nach Costa Rica geht, immer nur bei Tag zu fahren. Weil es ist, glaube ich, sehr viel schwerer, bei Nacht zu fahren, weil du diese ganzen Schlaglöcher nicht siehst. Außerdem sind wir angekommen und wir haben ein wunderschönes Hotelchen. Ich bin dunkel geworden, habe Ilona mir gerade gesagt. Ich habe ja keine Ahnung. Wir sind in Rio Celeste, das ist praktisch eine Straße und das war es dann. Irgendwo im Nirgendwo, aber hey. Und wir haben hier eine Mücke reingelassen und die müssen wir erst finden und vernichten, um hier in Ruhe schlafen zu können. Denn, das sagt er dir jetzt weiter, in Griechenland, da haben wir mit Mücken geschlafen und danach hatte ich überall am Körper Mückenstiche. Was sagst du dazu? Oh, falsche Richtung. Da sind einige Mücken, ich kann die nicht alle fangen. Ok, ok, dann kochen wir jetzt was. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich muss raus. Wann哎, aber es ist mal ein ciaoer. Auch in��� Untertitelung des ZDF, 2020